Jetzt habe ich noch eine Frage vorab bekommen und das war das Thema des Namen. Wie soll meine Firma heißen? Und es gibt ja immer, gerade in der Personal Brand, die Theorie der eigenen Name versus ein ausgedachter Name. Und die Meinungen dazu sind relativ unterschiedlich. Ich würde mal ganz klar sagen, wenn du dein Angebot und deine Marke mal verkaufen willst, dann macht das wahrscheinlich Sinn, nicht den eigenen Namen hinzusetzen, weil sie dann leichter verkäuflich ist. Wenn du jetzt mit dem, was du tust, als du rausgehst, dann kann man schon auch immer überlegen, ob man mit dem eigenen Namen rausgeht. Ich selbst hatte die letzten Jahre ja einen anderen Namen, das heißt, ich hieß Panther Concepts. Ich fand das super, mit dem Panther zu spielen und da war das H auch mit dem Namen, was ich relativ schnell gemerkt habe, dass die Leute damit überhaupt gar nicht arbeiten können. Ich wurde immer falsch geschrieben. Also ich fand das total clever. Meine Kunden fanden das gar nicht clever. Und ich habe da jetzt tatsächlich auch entschieden, das ist gar nicht so lange her, von einem halben Jahr, dass ich franziskapanta.com aufsetze. Und somit findet man mich jederzeit. Das Gute ist, dass wenn die Firma unter dem eigenen Namen läuft, dann ist das Schöne, dass ich kann mich verändern, mein Business kann sich verändern. Wenn ich ein neues Angebot mache, dann ist das ein Teil von meinem Prozess und von meiner Brand. Dagegen, wenn ich jetzt natürlich schon sage, ich mache für das Angebot X, also zum Beispiel, ich verkaufe Mathe-Lösungen an dem einen Tag und nenne da auch mein Angebot Werte zu Mathe-Genie und ich überlege mir dann zwei Jahre später, dass ich jetzt lieber Deutsch machen möchte, dann ist es natürlich schwierig, die Brand dann wieder umzubenennen. Von Mathe-Genie auf Deutsch ist dann halt kein Wechsel, der so einfach nachvollziehbar ist. Wenn ich hingegen meinen Namen nutze, dann kann ich natürlich auch flexibel meine Angebote passend machen. Man kann natürlich auch immer sagen, wenn man ein spezifisches Angebot hat, dem Kind kann man dann auch immer noch einen Namen geben, eine eigene Domain hosten. Nur halte ich das, gerade wenn wir noch kleine Firmen sind, für recht wartungsaufwendig in der Pflege. Das muss letztendlich immer jeder für sich selbst entscheiden, aber da gibt es schon auch den einen oder anderen, der empfiehlt, die eigene Domain unter dem eigenen Namen zu sichern und so rauszugehen.